Die Predictions für heute? 3 Punkte! Chrysler, was machst du hier gerade? Ich schreibe gerade die Nummern auf unsere Flaschen drauf, aber leider bin ich ein bisschen zu blöd, ich hab gar keine Ahnung. Mo, was hast du für eine Nummer? Marisi, was war deine Spielvorbereitung heute? Super, früh aufgestanden, Essen voll gekocht, eine neue Runde spazieren gegangen. Jetzt wird sich aufgewärmt und am Abend wird geknallt. Training war gut? Training war mega. Klasse. Okay, du brauchst deine Aufwärmübungen hier hinten. Mach mal vor. Was machst du da? Ich sehe mich heute vor der Kamera, wie fühlst du es an? Ohne Kamera, das ist ganz gut. Patrick, bist du motoriert? Ja. Du hast einen blauen Daumen. 2 von 10, 2 von 10. 3 von 10. 2 von 10. 2 von 10. 1. 2 von 11. 3 von 10. 3 von 11. Daher geht kein Gad. Hallo? Ja. Ist das Druck mit den Aufschlägen? Wir brauchen Feuer auf dem Feld, wir müssen Stimmung machen, wir müssen hier die Stimmung aus der Halle aufnehmen und einfach Gas nehmen. Wir müssen das nicht easy schnappen, aber wir müssen das ja kämpfen. Wir als Fans dort, du ein eyfauss aus dem Bandat das Gearschaw. Wir können Fanisch spielen und Kassenleitern. Wir schneiden vor dem Lieb und wer jetzt weh hab ich sie, am liebsten wir aus einem Albotenfalle! Na 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 na, Süß-Fabies! Man möchte einfach, dass der Trainer entspannt ist und nicht so viel schreit wie sonst. So, ich möchte euch heute mal den jungen Mann zeigen, der uns filmen wird. Das ist der liebe Hofmann. Hallo. Sie wollen uns ein paar schöne Videos raushauen. Schimpansen. Kein Lebewesen ähnelt uns so wie sie. Annähernd 99 Prozent ihres Erbguts stimmen mit unserem überein. Aktuelle Forschungen zeigen jetzt, sie sind uns auch kulturell ähnlicher als gedacht. Immer wenn Schimpansen bei etwas beobachtet wurden, wovon man dachte, dass nur Menschen das können, war die sofortige Reaktion, das kann nicht sein. Die Flucht haben sich durch die Flucht und die Flucht und die Flucht werden noch mehr machen. Das weiß ich mal. Das ist eine Flucht. Das heißt, das ist ein Flucht. Das ist ein Flucht. Und das ist ein Flucht. Es ist ein Flucht. Es ist ein Flucht. Füße, Füße, Zuch! Der Lieferung kann nicht annehmen, wenn er eine andere reinkommt, dem geht es genauso. In der Defense, Timmy, und auch wenn du hinten bist, geht rein, der schlägt nicht fest. Der schlägt zur Halbfest. Ausstrahl! Dann müssen wir da die Chance nutzen. Vor allem gegen Einer blocken. Das hat man am Ende gesehen. Wenn wir Gas geben, in Aufschläge und im Angriff, dann haben wir dir den Eier verkehrt. Aber wir müssen das jeden Punkt machen. Wir müssen das jeden Punkt machen. Wir müssen das jeden Punkt verstreuender kämpfen. Füße, Füße, Zuch! Und wenn jemand es ausлиmt, den sonst was wir. Fotos und was wir oben présentieren müssen. Das stimmt nicht. Ah, das stimmt nicht. Kusserl Sicher, sicher, sicher! Nice, Eric! So gut, weißt du! Das kostet die Kiste! Das kostet die Kiste! Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, weil wir so schön sind! Weil wir so schön sind! Geil, Jungs! Süßer Beat! Wir kommen noch zu einem Rundfall und beim LK holen sich der Erdmeister! Wuuuh! MVP! Statement vom MVP nach dem Spiel! Ultra geiles Spiel, 3-2! Beim Ende ein paar ultra geiler Fight! Und ich finde, ultra verdiene Zeitpunkte und ultra wichtige Zeitpunkte! Sehr gut gespielt, Erik! Danke! Dein wöchentliches Statement! Gleiches Spiel hinter dem Ende! Sophia? Jetzt war Zupi! Ja, danke! Zupi, das sagt alles! Ja, die Lefty hättest du schon öfter blocken können! Ich hab den nie geklappt! Hast du trotzdem gut gespielt? Ja, danke! Bis in zwei Wochen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!